Heute halte ich mein Versprechen, meine Freunde nah und fern im In- und Ausland. Ihr seht schon, ich habe mich schick gemacht, denn wir sind im schwedischen Königspalast, zusammen mit der Gruppe Abba. Die waren damals auch eingeladen und performten für Königin Sylvia, The Dancing Queen. Und das passt ja auch hervorragend zur schwedischen Königin. Und das spiele ich jetzt für euch und selbstverständlich seid ihr in Gedanken bei diesem Event dabei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich finde es so schön, meine Freunde, dass ihr mir musikalisch die Treue haltet. Ihr wisst, und es ist der Tatsache geschuldet, dass immer noch das bösartige, muss man sagen, das bösartige Coronavirus die Welt in Atem hält. Wir alle sollten immer noch sehr, sehr vorsichtig und achtsam sein. Dennoch könnt ihr mich weiterhin musikalisch begleiten, denn jedes Mal wünsche ich euch was.